Musik Wir können uns hier mal ein Produkt anschauen, das mit der Deutschen Bahn konzipiert wurde. Das ist ein Muffen- und Mehrlängenschrank, der für den Bereich Glasfaserausbau benötigt wird. Die ganzen Strecken der Deutschen Bahn sind seit Jahren jetzt ein Projekt am Laufen, wo die ganzen Strecken mit Glasfaser ausgebaut werden. Und damit eben die Glasfaserstrecken, sollten irgendwelche Reparaturen notwendig sein, werden eben punktuell Glasfaserschränke mit Muffen aufgestellt, damit eben dann diese Reparaturen vor Ort ausgeführt werden können. Musik